Ich werde mir auf jeden Fall das TV-Duell zwischen Peer Steinbrück und Angela Merkel anschauen. Das ist die Chance für jeden, sich anzuschauen. Was will Peer Steinbrück? Was will Angela Merkel? Was wollen die Parteien? Welche Politik wird für die Bürgerinnen und Bürger die nächsten vier Jahre gemacht? Ab 1. September um halb neun ist Schluss mit Phrasen. Dann wird Klartext geredet. Jeder kann sich ein Bild machen und kann dann am 22. September wählen gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017